Tja Leute, wir sind hier live bei der CO-Tech in Trier, die Zukunftsmesse. Es ist unglaublich ein Witzjagd, denselben Jahr. Guck mal Tom, das ist meine neue Schnitte. Tom, wie findest du denn die? Klasse. Die ist aber größer als du. Moment, ich kann auch größer werden. Ich bin nicht so klein. Was nicht dick, wenn ich so klein bin. Moment, jetzt klein. Hallo Süße. Hallo, kommt doch mal her. Das ist aber schön, der Poligone. Ist das der Böge Meister? Hallo Böge Meister. Du bist aber schön. Hast du irgendwann anzuwandelt? Ich bin aber zu groß, du kannst mich gar nicht sehen, oder? Ich kann auch ein bisschen hoch machen. Ja, das hilft. Ich sehe doch auf dem Bildschirm. So, jetzt bin ich gern zu hoch. Ich will mal ein Selfie machen. Aber ganz ehrlich, mehr als Bauchnase sehe ich immer noch. Ja, du musst ein Stück zurückgehen, ich glaube, oder? Ja. Willst du noch mehr? Sie vielleicht in dem roten Jacket, sie sind aber schick aus. Komm, die nächste Fahrt wird fertig. Das ist von Loppe. Und Micky. Ja, aber man sind sie so gut. Wollen Sie sich das schicken lassen, dann können Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Wollen Sie das machen? Oh, danke. Meine Frau ist heute geduldig, weil die ist nämlich angeschaltet. Hä? Hallo. Hallo. Hä? 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 Das kitzelt ein bisschen, wenn die mir am Bauch hochkommeln. Stellt Sie sich mal neben den Roboter nach. Ja. Lächeln. Ja, das kitzelt. Ja, das kitzelt. Ja, aber dann lach ich über den Rest, dann bist du aderlich. Ach, ich ahre jetzt. Ja, es ist alles überleide, ich komme seit dem Systemupdate, es entzicke ich dich. Lass dir weiter links, weiter links. Ja, ich habe gesagt, ich mache nie wieder ein Systemupdate mit dir. Seit dem Systemupdate bist du nur angehört.